Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Betrachtung über den Exodus der Israeliten, was eine Parallele beinhaltet mit unserem Exodus, wenn Jesus wiederkommt und seine Engel aussendet, um uns einzusammeln, da kommt es auch zu einem großen Exodus, zur größten Evakuierungsaktion aller Zeiten. Und bei so einer Evakuierungsaktion sind aber nicht alle dabei. Da wird also ein Unterschied gemacht und das ist es, was wir hier in der fünften Plage einer Viehseuche in Ägypten erleben. Dem Pharao wurde wieder einmal gesagt, er hört es jetzt schon zum x-ten Mal, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Das wurde übrigens die Hymne der Schwarzen in Nordamerika, in den USA. Let my people go. Das war eine hochpolitische Botschaft. Denn das Weggehen, das Rote Meer war für die Bevölkerung von Afrika, die jetzt nach USA transportiert worden war, der Mississippi. Wer da drüber kam, der hatte es geschafft. Und dieses Let my people go, dieser Gospel-Song, das war also eine rebellische Botschaft an die Regierung der USA. Lass uns gehen, lass uns ziehen. Die haben also mit Vorliebe das gelesen und gesungen. Und die Weißen haben das zuerst gar nicht richtig mitgekriegt, was da drinnen steckt, was das für eine Symbolik hat. Lass mein Volk ziehen. Und hier aber der wesentliche Punkt, damit es mir dient. Und dieses Dienen wird ja auch einmal das Besondere sein, wenn wir wie die Engel sein werden und im Weltall uns bewegen können. Nicht nur auf einem klitzekleinen Planeten. Ein Universum eröffnet sich für uns. Das ist eine ganz andere Dimension. Das ist also so, wie wenn du zuerst nur eine Ameise bist und um den Ameisenhaufen herum krabbelst und dann hast du einen ganzen Planeten Erde. Und das wäre noch zu wenig im Vergleich. Wir sind also, wenn wir so auf unsere Dinge schauen, das ist wichtig und das muss ich jetzt machen, dann krabbeln wir wie die Ameisen herum. Das ist mir einmal so bewusst geworden bei der Landung eines Flugzeuges, wo ich drinnen saß und du fliegst da, da waren wir über Istanbul und da merkst du da unten, was sich da alles tut. Die Autos fahren hin, die anderen fahren da her, da krabbeln die Menschen herum und da, alles ist in Bewegung. Ja und, was ist es letztlich? Alles nur ein Kommen und Gehen, bis sie im Grabe ruhen. Aber was zählt dann wirklich? Sie die Ewigkeit. Und was jetzt hier das Besondere ist, in diesem Aspekt, es wird die Hand des Herrn, wird angekündigt, über alles Vieh auf dem Feld kommen und jetzt werden die Tiere angeführt, die es damals gab. Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe. Und das ist ihr Besitz, das ist ihr Wert. Je mehr Pferde, Kamele, Rinder, Schafe, Esel du hast, desto reicher bist du. Man sieht das ja bei Hiob, als da angeführt wird, was hat er? Ja, was hat er? Tiere hat er. Und als er keine Tiere mehr hat, ist er arm. Also hochinteressant, wenn man das heute so fragen würde, na wie viele Tiere hast du denn? Ja, vielleicht eine Katze oder einen Hund und dann ist schon ziemlich aus. Vielleicht noch ein Kaninchen und ein Meerschweinchen, wenn es viel ist. Also wir sind arm im Verhältnis zu einem Hiob. Und jetzt kommt genau über diesen wertvollsten Besitz eine Seuche. Seuche, das verstehen wir jetzt auch schon viel besser nach den letzten dreieinhalb Jahren. Und wenn das jetzt über die Tiere kommt und die nach der Reihe da liegen und sterben, das sind ja Werte, die da kaputt gehen, abgesehen davon, dass das Lebewesen sind. Aber jetzt kommt noch der Vers 4 in Kapitel 9 des zweiten Mose-Buches. Und der Herr wird einen Unterschied machen. Ja, was für einen Unterschied? Einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Kinder Israels und dem Vieh der Ägypter. So dass von allem, was den Kindern Israels gehört, wie viel sterben wird? Kein einziges. Also nicht nur, dass die ein bisschen besser dran sind, da sterben nur die Hälfte. Kein einziges. Und da kommt auch wieder dieser Erlösungsgedanke durch. Wenn du errettet wirst, wirst du völlig errettet. Nicht nur irgendwie so halb. Und wenn du nicht errettet wirst, dann wirst du nicht errettet. Es gibt nur entweder oder. Nichts mehr mittendrin. Dieser Unterschied. Wenn wir jetzt in die Offenbarung hineinschauen, das ist ja immer unsere Parallele zu diesen Plagen, so haben diese Plagen eine Vorstufe. Nämlich die Posaunengerichte, die wir in Kapitel 8 der Offenbarung finden. Und bei diesen Posaunengerichten, im Unterschied zu den Plagen, die dann folgen, ist noch etwas beigemengt. Da gibt es noch Gnadenzeit bei den ersten vier Posaunen. Und immer ein Drittel geht da zugrunde. Ich gehe bei den Ägyptern. Das ist also so, das Vieh der Ägypter stirbt komplett. Und von Vieh der Israeliten stirbt nicht. Und wenn wir dann zu den Plagen in der Offenbarung kommen, das ist dann auch eine hundertprozentige Vernichtungsaktion. Bei den ersten vier Plagen werden die Elemente berührt, die uns besonders betreffen. Die Landfläche, die Meeresfläche, die Wasserquellen und die Luft, der Himmel. Und die werden zu jenem Drittel vernichtet in den ersten vier Posaunen. Darum heißt ja auch die erste Engelsbotschaft, betet an den, der was gemacht hat? Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Genau die vier Bereiche, die in den ersten vier Posaunen getroffen werden. Aber wenn man dann zur fünften kommt, dazwischen haben wir etwas. Da heißt es, Wehe, Wehe, Wehe. Und in der fünften Posaune, da wird jetzt etwas sichtbar, wo man merkt, dass ein Unterschied da ist. Nämlich, da kommen Heuschrecken, das ist die Symbolik, das sind die bösen Engel, die losgelassen werden auf die Menschen. Und in dieser Art und Weise, wie die da in Kapitel 9 ab Vers 1 losgelassen werden, führt das dazu, dass diese Heuschrecken Vollmacht haben. Und zwar heißt es in Vers 4, es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollen. Das sind nicht wirklich Heuschrecken, das ist ja nur die Symbolik. Interessant war ja auch bei der Finanzkrise, 2008, dass diese Hedgefonds, die also da massenweise abgecashed haben und wo Banken Konkurs gegangen sind, haben diese Hedgefonds enorme Gewinne gemacht und die haben interessanterweise die Bezeichnung Heuschrecken. Weil sie alles kahlfressen, wie die Heuschrecken. Und jetzt kommt's. Sie sollen also nicht dem Gras etwas antun, noch irgendeinem Grüne, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Also das wäre gut, wenn man das hätte, das Siegel Gottes. Dann gibt's den Unterschied, so wie damals beim Vieh in Ägypten, der Unterschied, entweder du bist versiegelt oder du bist nicht versiegelt. Und es gibt nicht halb versiegelt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Entweder oder. Und diese Versiegelung geschieht durch den Geist Gottes. Naja, dann wäre gut, komm, Geist Gottes. Wie kommt der? Ja, nicht indem man sagt, komm, weil das wäre dann so wie bei den Märchen, Goldtaler regnet vom Himmel. Das ist nicht die Wirklichkeit. Aber er kommt wirklich. Wo kommt er? Bei wem kommt er? Wie geschieht das? Ja, indem du diesem Geist die Zeit einräumst, zu kommen. Wir sind in unserem Modus, wie der Hamster in seinem Rad trennen. Und je schneller sich der Hamster bewegt, desto schneller dreht sich das Rad, kommt er schneller vom Fleck. Natürlich nicht. Er ist nur in einem Strudel der Ereignisse drinnen. Und wir Menschen sind also in unserem Modus, düm, 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 und sagen, Geist Gottes kommt zu mir, düm, 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 düm. So kommt er nicht. Da braucht es ein Innehalten, ein Stille werden, ein sich zurückziehen, das Wort Gottes öffnen. Jetzt bin ich bereit. Und der weiß genau, ob du bereit bist. Oder ob du nach fünf Minuten sagst, das war jetzt schon lang genug, und jetzt gehe ich wieder an meinen Modus ran, an meine Aktionen. Wie wichtig ist mir das Ganze? Wenn wir so als Menschen bunt zusammengewürfelt beisammen sind und dann vielleicht in den Zimmern frisch zusammengewirbelt sind, das ist ja hochinteressant, wenn man dann so die Gewohnheiten jedes Einzelnen so mitbekommt, was jedem wichtig ist. Und wo jemand ganz pitzelig wird, wenn das nicht gerade so ist, wie er das sonst immer zu Hause macht. Und man merkt dann, aha, das ist dem wichtig, das ist der Person wichtig, die ist mir großzügig, die andere ist wieder ganz empfindlich, wenn irgendetwas geschieht, sehr nervös, wenn das nicht genau so ist. Und da merkt man dann unsere unterschiedlichen Charaktere. Der Geist Gottes hat jetzt die Möglichkeit, zu jedem unterschiedlichen Charakter zu kommen und die Charaktere entsprechend nach göttlichem Gedankengut zu formen. Aber dazu braucht es Zeit. Zeit ist das Element, wo ich festgestellt habe bei Sterbenden, dass sie das am meisten bedauern, was sie mit ihrer Zeit gemacht haben. Weil sie auf einmal merken, die kann ich nicht mehr zurückholen. Die ist jetzt vorbei. Jeder Tag, jede Stunde, das, was ich mache, dann ist es weg. Und in keinem anderen Bereich sündigen wir mehr, als in Bezug auf Zeitverschwendung. Und wenn uns die Engel so beobachten, was die sich wohl denken, wenn sie uns so zuschauen, und jetzt vergräbt sich da jemand in das, und jetzt in das, und jetzt in das, wo wir meinen, wie wichtig das ist. Wie wichtig wäre das, was wir da gerade in unserer Freizeit tun, angesichts des Sterbens? Was hat das dann für einen Wert? Da kann es passieren, du hast deine Pläne, heute werde ich da, 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 da. Und dann fliegst du über die Stufen, brechst dir ein Bein, und plötzlich ist alles sofort ganz anders. Und du wirst eben nicht mehr das, 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 das. Gar nichts wirst du mehr. Plötzlich hast du enorm viel Zeit, liegst auf dem Bett, und denkst, plötzlich ist alles anders. Und so geht es den Sterbenden. Plötzlich ist alles anders. Da wird es dann völlig nebensächlich. In welchem Wohnbereich du dich bewegst, was für ein Auto vor der Tür steht, ist alles. Haschen nach Wind. Jetzt geht es um viel, viel mehr. Und der Geist Gottes kommt immer dort, wo ein Mensch begreift, ja, die Sache mit Gott, die ist die Wichtigste. Dafür nehme ich mir jetzt Zeit. Danke, dann kommt er. Und wenn du so nebenbei sagst, na, das wäre auch noch fein, ja, komm auch noch mit. Na, da kommt er nicht. Der will nicht deine Begierden und Interessen auch noch so als Anhängsel mit begleiten, sondern möchte die Zentrale sein, das Zentrum des Ganzen. Und dort beginnt es. Und das macht den Unterschied. Wir brauchen uns ja nur selber so ein bisschen analysieren, wenn wir, jetzt abgesehen von so einer besonderen Freizeit, aber wenn wir dann wieder in unserem Hamsterrad drinnen sind, wofür nehme ich mir Zeit? Was ist mir wichtig? Und anhand deiner Zeit kann jeder, der dich beobachtet, genau sagen, wie wichtig dir die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist. Oder wie unwichtig sie dir ist. Und nebenbei wird keiner versiegelt. Sonst werden die versiegelt, die da spüren und merken, das, das brauche ich. Da will ich mich vertiefen. Und das war das besondere Element vor 500 Jahren. Darum haben wir hier diese Karte über die Reformation im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Da hat sich also einiges abgespielt in jener Zeit, nämlich wir haben hier viele Lilla-Flächen. Sehr, sehr viele. Und diese Lilla-Flächen, die bedeuten, alles was hier Lilla ist, ob dunkel oder helllilla, da war mal irgendein Fürst, lag auf dem Sterbebett, dann kam der Beichtvater und hat ihm klar gemacht, der weiß ja das am besten, der Beichtvater, und erinnert ihn an seine tiefen, tiefen, tiefen Sünden. Genau das will der aber jetzt natürlich nicht hören, weil da wird es ihm extrem heiß. Aber genau das wird jetzt ausgebreitet. Und dann wird eine Tür angeboten, durch die man gehen könnte. Indem man eben all das, was man bisher besessen hat, der Römischen Kirche überschreibt. Und wenn das jetzt ein Fürst ist, der so und so viele Quadratkilometer besitzt, nicht Hektar, Quadratkilometer, und nicht Quadratmeter, dann wandert so ein ganzes Gebiet, das Lilla ist, Richtung Kirche. und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte merkt man nur, das ist ja gut ein Drittel von ganz Deutschland jetzt im Besitz der Kirche. Und jetzt kommt da ein Martin Luther, schreibt seine Thesen, wo er ein ganzes Volk in Massen diese Ablassbriefe gekauft hat, weil ihm gesagt wurde, du kaufst und damit sind deine Sünden vergeben. Du konntest also für ganz bestimmte Sünden dich loskaufen davon. Sogar für zukünftige Sünden konntest du dich loskaufen. Kannst du also schon was bestimmtes Böses planen und schon vorher dafür zahlen und ist schon alles erledigt. Und jetzt kommt dieser Martin Luther, der ja nicht irgendwer ist, der ist ja nicht ein Bauer im letzten Graben hinten, sondern er ist Doktor der Theologie, der kommt ja heraus aus diesem römisch-katholischen Bereich. Und das ist nichts, gar nichts ist das. Du bist ärmer und die Kirche ist reicher, aber geholfen hat es dir null. Jetzt kommen die natürlich wieder zu den anderen Priestern mit ihrem Papier und sagen, der hat gesagt, das ist nichts wert. Daher muss der schnell verheizt werden, bevor der noch mehr Unfug stiftet. Oder er korrigiert sich, sagt bitte um Entschuldigung, alles was ich gesagt habe, widerrufe ich. Das wäre natürlich noch besser. Und wenn dann Martin Luther sagen würde, kauft Ablassbriefe, na davon haben sie geträumt. Aber vergeben es, das kam nicht. Und in dieser Phase, wo also so eine aufgeheizte Stimmung ist, wo dir gesagt wird, wie du deine Schuld los wirst, kommt einer und sagt, das hilft nicht. Jetzt ist das Volk völlig irritiert. Und genauso werden wir es in der Endzeit erleben, wenn das Klima, die Klimadebatte so angeheizt wird, dass für alle klar ist, wir gehen unter, der Planet geht unter, wir sterben alle. Was können wir nur machen? Zum Glück gibt es jetzt als Lösung, als Schutzfunktion, den Sonntag. Und dann gibt es da jetzt ein Grüppchen, die sagen, nein, nein, gerade das schützt uns nicht. Denn damit reizen wir Gott zum Zorn. Es ist der Sabbat. So steht es in der Bibel geschrieben. Jetzt sind die Leute völlig irritiert. Jetzt wird dir gerade was angepriesen und dann sagt jemand anderem, das ist es nicht. Und dadurch wird das so ein Thema, weil es ja um Rettung des Planeten und um Rettung von den Menschen geht, von dir geht. Und darum hat das damals solche Wellen geschlagen. als diese 95 Thesen gedruckt wurden und gedruckt, gedruckt, wie da die ersten tausend von von der Presse kamen, das war ja noch sehr primitiv, kaum kam das raus, da hast du doch die Druckenschwärze umgehabt, war das schon weg. Also so wie sie es rausgegeben haben, so wurde das Ganze gekauft und die Leute haben studiert und sich gefragt, wozu machen wir das dann? Was gibt es alternativ? Es entsteht ein Unterschied zwischen dem, was zählt und dem, was nicht zählt. Aber um darauf vorbereitet zu sein, braucht die Versiegelung mit dem Geist Gottes. Wer versiegelt ist, der steht unter dem Schutz und wer nicht versiegelt ist, steht nicht unter dem Schutz. Und da kannst du wissen, haben ohne Ende. Da kannst du die Bibel auswendig können. Es geht ja um Charakterveränderung von uns. Wenn wir uns jetzt das vorstellen, mit wem möchtest du denn die Ewigkeit verbringen? Also ich kenne viele, da denke ich mir, das muss nicht unbedingt sein. Aber vielleicht denken sich das viele auch von mir. wenn ich mich dem zusammengespannt bin, ob das dann der Himmel ist. Aber schön wird es dann, wenn man von dir sagt, das ist eine himmlische Person, wenn ich mit dir beisammen sein könnte. Es geht um diese Darstellung der Liebe Jesu in unserem Leben. Und durch solche außergewöhnlichen Ereignisse wie damals der Thesenanschlag, das ist also ausgegangen hier von Sachsen, das war also das Land, von dem aus die Erkenntnis, das Licht um die ganze Welt ging, durch den Heiligen Geist. Und mittlerweile ist es aber leider so, dass die Ersten die Letzten geworden sind. Aber wenn die dann wieder wach werden, dann ist es soweit. Wie haben wir jetzt da gelesen in der Offenbarung bei der fünften Posaune mit den Heuschreckchen, die da quälen? Es trifft nur die, die nicht versiegelt sind. Nur die trifft es. Die anderen nicht. Es geht also nicht um irgendetwas, dass ich mich da auskenne oder dies oder jenes weiß, sondern das ist der Kernpunkt. Und es wird in dem Ausmaß für dich entscheidend und spannend, wenn es um deine Zeiteinteilung geht. Was hat bei dir Priorität? Was ist dir wichtig? Beobachte deine Zeit, was du in deiner Freizeit machst, worauf du dich stürzt, was dir wichtig ist. Und dann vergleich das mit der Zeit, die du für Gott aufwendest. Und dann kennst du dich aus. Dann weißt du, wo du stehst. Und wenn du dann ein Schockerlebnis hast, das ist gut. Dann kannst du etwas korrigieren. Schlimm ist, wenn du denkst, das passt alles schon so. Weil dann kommt der Schock, wenn die Engel bei dir vorbeifliegen. Und du dich wunderst, warum die dich nicht mitnehmen. Das ist ja dann der Punkt. Stell dir vor, die kommen zur Evakuierung und du siehst, der wird mitgenommen, die wird mitgenommen und du wirst zurückgelassen. Der du aber wusstest, worum es geht. Das ist ja die Tragik. Wenn du keine Ahnung hast von den Dingen, naja, kein Wunder. Aber wenn du so knapp dran bist, wird das immer so fasziniert bei diesen Zahnrädern, dass du ein Antriebsrad und das andere, das eigentlich überhaupt keine Kraft hat, klingt sich ein, aber weil das eine sich bewegt, wird das andere mitbewegt. Bist du eingeklinkt bei Jesus? Hast du dich da verbunden oder bist du da irgendwo? Wie weit bist du weg? Da wäre die Kraft. Aber die Kraft hilft nicht, wenn du nicht eingeklinkt bist. Und ob du jetzt ein Millimeter weg bist oder ein Kilometer, es ist keine Kraftübertragung. Es muss völlige Verbindung sein. Dann bewegt sich was. Weil er dich bewegt. Aber er bewegt sich nur, wenn du dich bewegst, nämlich zu ihm hin. Dann bewegt er dich. Und von dem hängt alles ab. Wie viel hast du dich schon von Jesus bewegen lassen, dass du dich in seine Richtung bewegt hast in Bezug auf deine Zeiteinteilung? das wird es um und auf für unsere Zukunft. Wohl dir, wenn du da Änderungen vornimmst. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Danke. Danke, unser liebevoller Papa im Himmel, dass du uns ein Wort, dein Wort, in so einem kraftvollen Umfeld wie dem Wort Gottes der Bibel hinterlassen hast, dass wir dadurch festen Boden unter die Füße bekommen können. Wenn wir die Zeit dafür aufbringen, die dafür entscheidend ist. Denn was uns wichtig ist, dafür haben wir immer Zeit. Und wir müssen uns schämen, wenn wir daran denken, was uns alles wichtig ist. Hat es noch einen Wert im Lichte der Ewigkeit? Wie weit sind wir von dieser ersten Liebe abgekommen? Danke, Herr, dass du bis jetzt mit uns Geduld gehabt hast und du wartest. Wie lange noch? Danke für deine Geduld, deine Liebe, deine Güte, mit der du unser Herz berührst. Amen.